So, ein bisschen Handstoff gewogen. Okay, jetzt hier Turn. Und nur der erste Versuch. Ach, mach einfach daneben. Okay. Yeah. Okay, jetzt hier wieder. Gucken wir, ob ich noch zwei Sekunden stehen kann. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Ja. Das sieht doch gut aus. Ein bisschen unten gefallen, aber geht doch. Ja, Ellbogen waren angeschwenkelt. Ist egal, mach ich besser so. Das mach ich lieber so. Warte, 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 warte. Noch ein Versuch, lass dir Zeit. Ach, wunderbar. Das war gut, aber der Mann hat Mut. Warte, 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 warte. Okay, er will ihn doch nicht aufgeben. Ist ja nur ein Warm-up. Der Mann hat keine Angst vor dem Fallen. Er kann sie schön abrollen. Und das ist sehr gut. Ja, klasse. Ich hab meine Übung schon geschafft. Mehr kann ich auch nicht. Außer diese vier Sekunden oder fünf sogar. Ja. 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 Ja.